So, Soundfehler behoben. Jetzt geht's los. Ja, ziemlich stimmungsvoll fände ich das. Schwarz-Weiß und da ist die Farbe. Auf zur Farbe. Oh mein Gott. Juhu. Juhu. Die Monster ist noch ein bisschen zu schnell. Besser. Wieso steht da? Ich kann die auch bei der Maus einstellen. Gut. Falls ihr jetzt so ein Geraschel hört... Oh, ich dachte, ein Alien steht da. Falls ihr jetzt so ein Geraschel hört, das ist die Festplatte. Ich nehme jetzt auf die Festplatte direkt auf. Ja, spür mein Wasser, Mann. Spür mein Wasser. Spür mein Klemmer. Ja, ich klemmer dich ein. Ja, einklemmern. Geil. Ich hab nur gehört, das soll ein ziemlich geiles Spiel sein. Ah, dass es so cool ist. Warte mal. Nein. Boah, das Spiel ist geil. Entschuldigung, dass ich auch keine Antwort mal gemacht habe, wieso ich nichts aufnehme. Weil ich... Keine Ahnung. Das war gleichzeitig so enttäuschend. Und jetzt in die Farbe. Yeah. Irgendwie auch der Spaß. Ich wette... Ah, ich hab drei Slots, wie es so aussieht. Ich kann später die Farben so wechseln. Das kann ich ja nicht hier machen. Ich verstehe nicht, wie soll ich jetzt schießen kann, wenn ich nichts habe. Ah, das ist wohl ein Rätsel. Okay. Ein Sprungfeld. Ist schon mal... Äh, wieso? Ja? Hallo? Alter! Ist das schon... Fuck, 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 fuck! Äh... Okay. So. Damit muss doch was gehen. Ah! 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 Entschuldigung! Ah! Wie man jetzt hört, ich bin noch bisschen erkältet. Ah! Ah! Das war auch ein Grund, wo ich nicht sehr viel aufnehmen konnte. Ah! Ah! Ich hab jetzt wieder Farbe. Ich spiele mal rum wie ein so kleinkind. Was sich jeder Mensch wünschen muss auf der Erde. Ein... Ein Tuschkasten mit Farbe! Je... Alter! So. Ah! Oh! Ich war drauf! So. Kann man die Farbe hier abwischen? Gut! Aber dann auch gleich die gesamte! Hahaha! Wie geil! Ich muss jetzt mal hier ein bisschen Farbe loswerden! D�.. D�... Dorg... Hier談... solemn... ..dj! i... Darkgang Af Youth die sehr... D Jahre lang... St Kamen... micros des 1. Ganges... Ziemlich lustig impeten... Wacken... 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 er hat einmal gegen pissen da die Pisse hinwerfen und dann fliegen er stand nö, springen kann man nicht, schade nein, ich mache nur schnell das selbe jetzt zu Ende, ich habe noch was zu tun denn ich muss noch vorhin ich versuche das Video dann heute noch hochzuladen heute mein zufällig Mittwoch äh, Farbe verfehlt ich herrse ich so bisschen rumspritzen die Natur des Mannes was war wie gesagt man, ich bin froh, dass sie keine andere Person im Spiel sind ich wette bestimmt kommt später noch so eine Speed-Schlag oh, wie gell ich versuche erstmal die Farbe hier so weg das ist eigentlich geil gemacht, muss ich so geben wie ist nochmal dieses Spiel, wo man Farbklumpen ist weil das erinnert mich so richtig ich glaube, es war auf der PS3 das Spiel oder auf der Xbox-Sag, ich weiß nicht mal so genau das Spiel verschwindet nicht mehr, das finde ich geil der magische Pissstrahl der magische Pissstrahl so ja puh shakashaka yeah boah boah äh, speichert das Spiel überhaupt? ok jesk Speed! Haha! Was ist das? Ne, ich brauch grün. Boah, what the fuck! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Alter! Nein! Fail! Gut. Alter Schwede! Ich muss mehr... Rot drauf machen! Yeah! Ah! Hab's doch gewusst! Alter, ist irgendwie geil! Let's do it! D, D, D! D, 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 D... D, 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 D! D, D, D... Nein, 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 nein. Oh, ich hätte nicht weiter spritzen sollen. Oh, ich hätte nicht weiter spritzen sollen. Nein, 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 nein. Das Spiel ist so geil. Man kriegt nicht genügend davon. Ich hoffe, dass die Aufnahme klappt. Speed. Ja, ich könnte jetzt auch ein bisschen Speed gebrauchen, Alter. Komm, 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 komm. Ha, 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 ha. Naja. Ey, er muss zugehen, das Spiel macht süchtig. Ich glaube, ich mache es mir gerade so was von kompliziert, aber scheiß drauf. Ah, da muss ein bisschen Farbe drauf. Gut. Ich will nur ein Versuch machen, ja. Was passiert, wenn ich jetzt... Na ja, wie gesagt, das Spiel ist cool. Weißt du, was hat man nicht allemal gespielt, weil ich finde, das Spiel hat was.